Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute Abend um 19 Uhr startet die Season der Boshaftigkeit. Ich bin wahrscheinlich so gegen halb 8, 8 live und werde dort in die Season rein starten, neuer Battle Pass, endlich die Season-Akte, Season-Kampagne sehen und die Juwelen, die droppen können. Aber darum geht es hier gar nicht. Es wurde etwas mit Patch 1.1 ins Spiel gebracht, was ich krass finde. Weil es erstens nicht kommuniziert wurde in den Patch Notes und zweitens nicht im Spiel ersichtlich ist. Dazu gab es nämlich jetzt was auf Twitter. Es wurde geändert, wie ihr auf Weltstufe 3 und auf Weltstufe 4 kommt. Bislang war es so, dass ihr für Weltstufe 3 Folgendes gemacht haben müsst. Wird freigeschaltet, indem ihr die Kampagne und den Final-Dungeon-Kathedral des Lichts in Kyowashad abschließt und das Ganze auf Weltstufe 2. Und jetzt ist es so, dass das Ganze hinter einem Level-Cap hängt. Ich hatte nämlich gestern versucht, jemanden aus der Community zu boosten, solange es noch geht. Der war Level 1. Ich wollte ihn auf Weltstufe 3 bringen, habe für ihn auf Weltstufe 2 Kathedral des Lichts abgeschlossen. Und Weltstufe 3 hat sich nicht geöffnet. Und wir hatten erst gedacht, das wäre ein Bug. Aber nein, es ist jetzt hinter einem Level-Cap. Und zwar müsst ihr für Weltstufe 3 Level 40 erreicht haben. Und das finde ich extrem krass, weil es A hier nicht angezeigt wird. Und B, stellt euch vor, ihr seid Level 30, 35. Von mir aus Level 38. Seid richtig stark, besiegt die Stufe 50 Monster, Gegner in der Kathedral des Lichts richtig easy. Aber ihr könnt Weltstufe 3 nicht freischalten, wenn ihr nicht vorher Stufe 40 erreicht habt. Das finde ich eine krasse Änderung. Und ich bin gespannt, ob das nicht in der Zukunft wieder geändert wird. Vor allen Dingen im Hinblick auf die Season und mit den vielen Patches und Hotfixes, die rauskommen. Für Qual und Weltstufe 4 ist es noch krasser. Da war es ja bisher so, dass wir den zerfallenen Tempel machen mussten auf Weltstufe 3. Und da ist der Level-Cap jetzt auf 60. Das ist so krass. Das hätte ich echt nicht erwartet. Ich finde es sehr gut, dass so viele Änderungen kommen. Ich finde es auch gut, dass sie das Boosten geändert haben. Dass man halt nicht mehr sich Boostings kaufen kann. Und dass die Gegner nur noch bis 10 Level über einem Erfahrung gehen und sowas. Finde ich alles gut. Hat einen bitteren Beigeschmeiß, aber finde ich gut. Und das verändert das Boosting. Aber dass Weltstufe 3 und 4 jetzt hinter einem Level-Cap sind, finde ich ganz, ganz krass. Ich meine, wir haben hier Veteranen ein kleines bisschen angepasst. Gold wird jetzt ein bisschen mehr fallen gelassen und Monster lassen auch mehr Gegenstände fallen. Das wird ein bisschen angehoben. Aber dass man Stufe 40 erreicht haben muss für Weltstufe 3 und Stufe 60 erreicht haben muss für Weltstufe 4, finde ich extrem negativ. Und hätte ich nicht gedacht. Lass mal da gerne eure Meinung unten stehen. Ich bin gespannt, wie ihr das findet. Da wird die Community bestimmt auch gespalten sein. Und ja, wenn ihr nichts verpassen wollt heute Abend, geht die Season los, dann lasst ein Follow da. Gerne auch auf Twitch vorbeischauen. Und gerne ein Like auf dem Video lassen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute.